Pedro, Maya und Sissi erleben heute ihren amerikanischen Traum mitten in München. California Dogs Bar ist Wellness für Hunde und die kommen sogar freiwillig. Wir haben Hunde, das kommen ganz allein hier, auch ohne Termin. Ein Hund ist weg von seinem Haus, hier gekommen und die Frau konnte ihn nicht finden. Alexandra hat ihr Handwerk in ihrer alten Heimat in Kalifornien gelernt. Styling und Wellness für Hunde. Ihr Verwöhnprogramm umfasst Schaumbad, Blaubeer-Gesichtsbehandlung und Massage. Maya vertreibt sich das Warten mit der Lektüre der neuesten Frisurentrends. Nach dem Waschen kommt das Föhnen. Rund 90 Euro kostet die gesamte Behandlung eines großen Hundes. Sissi ist fertig, ihr Frauchen ist hingerissen. Jetzt fand ich, dass sie sehr, sehr schön ist wieder. Ich bin eben stolz auf meinen Hund und mag sie auch sehr gepflegt. Pedros Besitzerin schätzt die Atmosphäre. Ich komme auch selber gern, das muss ich sagen. Das ist einfach ganz sympathisch alles. Und natürlich haben auch die Hunde ihren Spaß. Vor allem nach der Behandlung beim Toben. Das liebt auch Alexandra. Spielen mit den Hunden. Das gefällt mir am besten. Und Küssen. Man kann das nicht mit Menschen in der Arbeit küssen. Die Menschen. Na, das geht nicht. Spielen, streicheln, schmusen. Pedro und Maya kommen gerne wieder zur Hunde-Wellness. Made in USA. Ja, Pedro. Ja, Pedro.